Ja, geh halt einfach durch die Tür, Claire. Das ist nicht schwer. Dafür hat der Trockenbauers Loch gelassen. Ich hör doch schon einen Pumpern. Gefällt mir nicht. Oh yeah. Oh yeah. Hier runter. Tür ist verschlossen. Da darf ich nicht mehr. Dann möchte ich einmal die Leiter runtersteigen. Den weiß ich nämlich jetzt auch nicht mehr. Das ist ja auch verschlossen. Ja, Klappe halten. Ja, geh halt einfach durch die Tür, Claire. Das ist nicht schwer. Dafür hat der Trockenbauers Loch gelassen. Ja, scheiße. Braucht man die blaue Kikot? Okay. Huch. Alter, das ist immer so ein Nervenkitzel, ne? Mit die Hunde. Vor allem dann noch die Panzersteuerung. Oh. Nicht geil. Oh. Da haben wir jetzt Platz. Und möchte ich noch ein bisschen plündern. Nein. Hallo, Steve. Bist du noch da? Nö, weg ist er. Papa ist auch weg. Armboosti ist halt geil. Mann muss nicht nachladen. Mann muss nicht nachladen. Ah, da geht's auch wo rein. Und ich zeige dir den Erdgeschoss. Einmal ganz nach unten, Bille. Wo die überall Muni verstecken, die Schweine, ne? Brechert eigentlich. So. Looten. Wir wollen looten. Da, 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 da. Dann den Hebel wie auf der Karte umlegen. Ja. Ist da was? Ne. Keine gerade. Nein, halt nicht. Da gibt's auch nichts. Stimmt, das wird wahrscheinlich dann erst sein, wenn wir die blaue Kikart haben. Granaten. Woho. Perfekt, so ihr Gnaten. Vielen Dank. Wenn wir halt einfach schon die blaue Kikart hätten, ne? Ist toll, Muni. Die Arbeit ziel... Ah, nicht für unsere, okay. Chemikalien für die Wartung von Waffen. Dann gibt's da mal gar nicht so viel für uns. Schade. Ach, wenigstens. Bisschen Pistolen, Muni haben wir gefunden. Da waren doch auch noch Explosionspfeile. Ah, die waren da auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Ich höre doch schon an Pumpern. Gefällt mir nicht. Aber ich will den Granatbeer-Warum an. So, dann haben wir das da. Da oben war dann noch ein Räumchen, ne? Wir wollen 1F. 2F. Hier wollen wir hin. 2F. Um. War, glaube ich, noch abgeschlossen. Äh. Auch mit der blauen Karte. Auch mit der blauen Karte. Da scheint ein Bild dieses Rammes zum sein. Das scheint sehr richtig zum sein. So, das Adlerschild will ich einsetzen. Wo? Da wo Hundis warnt? Ich will nochmal bei 2F schauen. Wo kommen wir jetzt da wieder hin? Weil das ist ja alles ein volles Labyrinth, Mann. Ah ja, genau. Da sind wir hier. Da sind wir durchbrochen, weil Steve so fett ist. Da brauchen wir eine blaue Karte. Genau. Dann gehen wir wieder 1F. Dann wieder zu den Hundis. Könnte wahrscheinlich die blaue Karte drin sein. Quatschle anbieten. Ja. 1F. W-W- hitting. Und bis dahin gehen wir wieder. Kann man das nicht? Es gibt ja die beste Karte. W-W- ... Wir sollten das nicht mehr machen. Und man könnte das nicht mehr machen. Dann sitzen wir hier in den Kopf und in den Kopf. W-W- ... Die Floor FT. Oh ja, scheiße, Wurm. Oh oh. Geh rein, geh rein, geh rein. Was sind denn meine Wauzis? Oh, gut, dass die keine Treppensteigen. Gehst du rein? Haha, blaue Kikot, nice. Heißt, Granatwerfer ist mein. Ist eine Abkürzung, oder? Ja. Ja. Aha, wie geil. Wir haben sie endlich. Ja, da war der Weg wirklich umsonst. Naja. Könnte umständlicher sein. Geht mir, geht mir, geht mir. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh no. Oh no. Will ich da rein? Oh no. Oh no. Vielen Dank. Ich hab nie rausgefunden, wenn man das da oben kriegt. Da oben liegt was. Ich will's haben. Kann ich das schieben? Nein. Ich weiß es nicht. Was bekomme ich da wieder? Ist da die Kamera für den Code? Oh, ok. Da kann ich gar nix machen. Zumindest... Wir haben Granatwerfer. Gefällt mir. Gefällt mir sehr sehr gut. Dann geh ich jetzt... Im Vorstuhl?